Herzlich Willkommen, mein Name ist Daniel und in diesem Video erfährst du, wie du das richtige Teleskop für dich findest. Und zwar die Fragen, die du dir stellen solltest, sind, was möchte ich beobachten? Das heißt, genügt mir der Mond? Ja, ich möchte nur den Mond ein bisschen sehen. Oder will ich Planeten sehen? Oder will ich wirklich Deep Sky Objekte beobachten, wie Galaxien und Nebel? Denn nicht jedes Teleskop ist für jeden Bereich geeignet. Und du solltest dich fragen, will ich Astrofotografie betreiben? Ja oder nein? Hier gleich eine kleine Anmerkung. Astrofotografie ist gerade für Anfänger eher schwierig, da es sehr viel Geld kostet. Also die Ausrüstung ist sehr teuer und du benötigst gerade im Deep Sky Bereich viel Erfahrung. Was allerdings möglich ist, sind Fotos von Mond und Planeten. Ich werde dir am Schluss noch, des Videos, wirst du noch sehen, was alles mit einem einfacheren Teleskop bereits möglich ist. Das nächste, worauf du achten sollst im groben Überblick, sind die Öffnung des Teleskops, das Öffnungsverhältnis, das Stativ, den Montierungstyp, die Qualität der Optik und natürlich das Zubehör. Schauen wir uns das Ganze einmal ein bisschen genauer an. Was gilt es jetzt genau beim Stativ und bei der Montierung zu beachten? Wichtig ist vor allem die Stabilität des Stativs, denn du wirst keine Freude haben, wenn du ein wackeliges Stativ hast, das nicht für das Teleskop ausgelegt ist. Und bei jedem kleinen Windstoß wird das Teleskop wackeln und du bekommst keine scharfen Bilder zu sehen. Wichtig ist eben so, was oft unterschätzt wird, wie transportabel ist die Montierung und eben auch das Teleskop. Wenn du gerade zu Fuß unterwegs bist oder ein kleines Auto hast, wirst du mit einem riesen Teleskop, mit einem riesigen Stativ oder irgendein sperrigen Ding keine Freude haben. Und es ist oft so, dass ein kleines Teleskop schnappst du dir und du gehst schnell raus und beobachtest eine halbe Stunde, Stunde und bist dann wieder drinnen. Wichtig ist eben auch der rasche Aufbau. Es sollte möglichst einfach aufzubauen sein, denn wenn du erst mit Schraubenschlüssel und Schraubenzieher anrücken musst, dann wirst du gerade im Winter bei minus 5 Grad vielleicht keine wirkliche Lust dazu haben. Und ganz wichtig ist der Montierungstyp, soll es azimutal oder parallaktisch sein, wie genau das im Detail funktioniert, erfährst du auf teleskopcat.net. Allerdings muss ich sagen, azimutale Montierung ist gerade für Anfänger sehr, sehr beliebt oder sehr, sehr gut zu bedienen, da es einfach wie ein Fotostativ funktioniert, das heißt hinstellen und beobachten. Bei der parallaktischen Montierung muss eben erst das Ganze auf den Nordstern, auf den Polarstern ausgerichtet werden, und erfordert eben schon ein bisschen mehr Erfahrung. Und wie gesagt, will ich Astrofotografie betreiben, ja oder nein? Denn Planeten und der Mond sind bei azimutaler Montierung auf jeden Fall möglich. Allerdings Nebel und Galaxien sind die Verschlusszeiten oder die Belichtungszeiten sehr, sehr lange. Und hier brauchst du eine parallaktische Montierung. Schauen wir uns an, was bei der Optik zu beachten ist. Und zwar das Wichtigste ist der Durchmesser der Optik, denn je größer der Durchmesser der Optik ist, desto mehr kann das Teleskop an Licht sammeln und desto schärfere, detailreichere Bilder wirst du sehen. Ebenso ist zu beachten das Öffnungsverhältnis. Das Öffnungsverhältnis ist, wie der Name schon sagt, das Verhältnis zwischen Durchmesser und der Brennweite. Und zwar sagen dir diese F-Nummern, wie groß dein Gesichtsfeld ist. Eben eine große F-Nummer wie F10 ist ein kleines Gesichtsfeld. Dafür bekommst du höhere Vergrößerungen. Das ist gut für Planeten zum Beispiel. Oder bei kleineren F-Nummern erhältst du ein großes Gesichtsfeld, das eben gerade für Galaxien und Nebel gut ist, dass du dadurch sie in ihrer ganzen Ausprägung sozusagen sehen kannst. Wichtig ist, was du dir noch fragen solltest, möchte ich ein Spiegelteleskop oder ein Linsenteleskop? Die Vorteile des Spiegelteleskops sind ganz klar, es hat keine Farbfehler, da Spiegel statt Linsen verwendet werden. Du bekommst auch für wenig Geld viel Öffnung, da eben diese Linsen sehr teuer sind. Allerdings muss man dazu sagen, die Spiegel müssen justiert werden und sie können sich beim Transport verstellen. Das ist nicht ganz so einfach, die wieder einzujustieren. Oder beim Refraktor eben, beim Linsenteleskop ist keine Justierung notwendig, was gerade für Anfänger sehr gut geeignet ist. Dafür musst du damit rechnen, dass sie wahrscheinlich Farbfehler haben werden. Das heißt, bei hellen Objekten wirst du einen Farbsaum rundherum sehen. Wenn dich das nicht stört, ist der Refraktor auf jeden Fall sehr, sehr pflegeleicht und sehr einfach, Hand zu haben. Schauen wir kommen nun mal zum Zubehör. Und zwar, hier ist wichtig der Lieferumfang. Was ist alles dabei? Was benötigst du sonst noch? Hier ganz genau durchlesen, was eben mitgeliefert wird. Und vor allem, wie gut ist die Qualität? Ich kann dir gleich vorneweg sagen, plane zusätzliches Budget für Okulare mit ein. Denn die sind bei fast allen Teleskopen wirklich nicht gut und auch nicht wirklich geeignet. Du wirst gar nicht glauben, was du mit einem guten Okular noch aus deinem Teleskop herausholen kannst. Hier noch einmal kurz zusammengefasst eine Checkliste für dich. Also schau auf das Stativ, wie stabil ist es, wie ist die Handhabung, welche Montierung will ich haben, azimutal oder parallaktisch, wie ist die Optik, welcher Durchmesser soll es sein, welches Öffnungsverhältnis hat es, Linse oder Spiegelteleskop. Und beim Zubehör, was ist im Lieferumfang enthalten und wie ist die Qualität dazu? Wie versprochen, siehst du hier ein paar Bilder von Jupiter und Saturn, aufgenommen von meiner Balkonsternwarte in der Großstadt. Diese Bilder wurden gemacht mit einem Celestron Nexter 6SI und einer 2ASI Kamera. Wenn du noch mehr Wissen benötigst, egal ob über Astronomie oder über Teleskope, wie sie funktionieren, wie die einzelnen Montierungstypen funktionieren, dann klicke auf den Link unten in der Beschreibung. Du findest auch ausreichend viele Testberichte über die einzelnen Teleskope, die gerade für Anfänger geeignet sind. Also schau bei uns vorbei auf teleskopguide.net, wir würden uns freuen. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute für die Zukunft und natürlich klare Nächte.